Im Herbst 2018 ging von Berlin ein deutliches Signal aus. Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen. Als Bündnis Untalbar sind wir mit einer Viertelmillion Menschen unter dem Motto Solidarität statt Ausgrenzung auf die Straße gegangen. Mit Untalbar Sachsen haben wir Initiative ergriffen und die solidarische Gesellschaft sichtbar gemacht. Mit über 40.000 Menschen waren wir in Dresden auf der Straße. Gemeinsam stellen wir uns gegen Rassismus und den Rechtsruck und zeigen, wir sind unteilbar. Egal ob in Erfurt, in Rostock, in Berlin oder hier in Magdeburg, wir sind unteilbar miteinander verbunden. Wir schließen uns dort zusammen, wo die solidarische Gesellschaft von der extremen Rechten bedroht ist, wo die Corona-Krise die soziale Schieflage verschärft. Dieses Jahr wird entschieden, was für eine Gesellschaft wir leben werden. Wir haben viel vor, ob in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zu den Landtagswahlen oder auf unserer großen Demo vor den Bundestagswahlen in Berlin. Wir machen weiter Druck. Unterstützt auch du Untalbar. Wir möchten auch in Zukunft schnell und wegmächtig handeln und die solidarische Gesellschaft der vielen auf die Straße bringen. verdun. Ich habe hingegeben, dieadım die in der Haare, die in der Nähe der Welt gehen, die in der Wahrheit Corona-Krise wird. Ich habe über das ganze Zeit, was Sie mit der Nähe der Ehre befest. Wachen Sie für viele Minuten.